Ich hatte beim letzten Mal begonnen mit der Logik und habe sie ganz sanft und behutsam versucht, über ein Beispiel da hereinzulotsen in die Logik. Ich habe Ihnen dann versucht zu zeigen, an diesem einen Beispiel, dass bei einer logischen Folgerung, und das ist etwas, was uns interessiert in der Logik, nicht alle Elemente, alle Bestandteile, alle Aspekte von den involvierten Aussagen für die logische Folgerung selbst relevant sind. Dass vielmehr in einem bestimmten Sinn manche Bestandteile nicht mitspielen, zum Beispiel die Bedeutung konkreter Begriffe, wenn auch eine Rolle spielt, dass diese Begriffe wiederholt vorkommen. Und daraus kann man dann schon sehen, was das Programm einer Logik ist, die unter anderem logische Folgerungen untersucht. Man will diejenigen Aspekte, Eigenschaften, Elemente von Aussagen zunächst mal isolieren, die für die logischen Folgerungen relevant sind, und alles, was nicht relevant ist, weglassen, weil es für die Betrachtung natürlich unnötig ist. Das ist die Absicht des Begriffs der logischen Form, und exemplarisch haben Sie das an dem einen Beispiel schon gesehen, da ist die logische Form dann, das ist der sogenannte Modus Barbara aus der klassischen Syllogistik, alle A sind B, alle B sind C, also sind alle A C. Ich habe dann begonnen, mich in die Richtung der Aussagenlogik zu bewegen. Nochmal vielleicht zur Wiederholung, es ist klar, ich habe Ihnen nur die Absicht dieser logischen Form, des Begriffs der logischen Form erklärt, und die konkrete Einführung wird dann passieren, jeweils in der Logik, das braucht dann Vorbereitungsschritte, bis man dorthin kommt, bis man dort ankommen kann, und diese Vorbereitungsschritte mache ich jetzt für die sogenannte Aussagenlogik. Und weil Sie natürlich nicht wissen, was die Aussagenlogik ist, sozusagen das Ziel, Sie das Ziel nicht kennen, sind diese Schritte auch für Sie noch nicht wirklich nachvollziehbar, sondern da müssen Sie mir einfach folgen und vertrauen. Ich kann Ihnen die nicht begründen, die sehen Sie nachher, wenn die Aussagenlogik entwickelt ist, dann sehen Sie, aha, da hat man natürlich diese Unterscheidungen machen müssen, die da gemacht worden sind. Und das ist so, dass ich jetzt drei Unterscheidungen mache, die uns auf den Weg zu dieser Aussagenlogik bringen. Die erste Unterscheidung, die geht noch, die kann man noch plausibel finden, dass man von allen möglichen Sätzen, die man betrachten kann, diejenigen sich rausholen muss, die tatsächlich wahr oder falsch sein können, weil die logische Form ja einen Wahrheitstransfer beinhaltet, die logische Folgerung, einen Wahrheitstransfer beinhaltet. Und dafür muss natürlich die Prämisse und auch die Prämissen und die Konklusion natürlich sozusagen wahrheitsfähig sein. Wenn die gar nicht wahr sein können, kann es natürlich auch keinen Wahrheitstransfer geben. Ergo ist es naheliegend, ist es zwingend, einleuchtend, dass die Prämisse und Konklusion, also die beteiligten Aussagen, dass die wahr sein können oder falsch sein können. Ich habe das in einer Definition festgehalten, eine Aussage, das war die Definition 1.1. Eine Aussage ist ein Satz, der entweder wahr oder falsch ist und habe dann einige Bemerkungen daran angeschlossen, dass diese Definition mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist also keine sachhaltige Aussage über das, was wir im Deutschen so als Aussagen bezeichnen, sondern es ist eine Einschränkung des Gegenstandsbereichs, den wir jetzt betrachten wollen. Also ich sage nicht, ich habe euch inhaltlich oder Ihnen was inhaltlich Neues oder Spannendes über Aussagen gesagt, sondern ich habe lediglich gesagt, ich betrachte im Folgenden nur Sätze, die Aussagen in diesem Sinne sind. Das ist also keine irgendwie inhaltliche Information, die Sie bekommen, sondern lediglich, so der Blick wird jetzt eingeschränkt auf diese Sätze und aus. Das hat Gründe, denn wenn man sozusagen meinen würde, das sei eine Wesenseigenschaft, falls es sowas gibt, von Aussagen, dass sie wahr oder falsch sind, dann handelt man sich verschiedene Dinge ein, die relativ schwierig sind. Man handelt sich einen Determinismus ein, zum Beispiel und verschiedene andere Dinge. Ich habe dann also fünf Bemerkungen gemacht. Die erste Bemerkung war eine Redeweise, dass wahr und falsch Wahrheitswerte heißen, dann dass man unterscheiden soll, ob ein Satz einen Wahrheitswert hat oder nicht, von dem, ob wir den Wahrheitswert feststellen können oder nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist eine, wenn Sie so wollen, wenn Sie die theoretische Philosophie auch gehört haben, dass der Unterschied sozusagen von Metaphysik und Epistemologie, Erkenntnistheorie. Das eine geht darum, was die Sache selbst für Eigenschaften hat und das andere ist, ob wir die Eigenschaften erkennen können oder nicht erkennen können. Die dritte Bemerkung war dann zu dem Tertium non datur, das in dieser Aussagendefinition festgeschrieben ist, die sogenannte Zweiwertigkeit der Logik. Die vierte Bemerkung war dann, dass der Begriff von Aussage, der hier eine Rolle spielt, so wie er in dieser Definition verwendet wird, auch nicht unproblematisch ist, weil die Aussage ja dasjenige sein soll, was wahr oder falsch ist und es ist gar nicht klar, was das genau ist. Etwas, was wahr oder falsch sein kann. Klar ist ein Befehl, kann es nicht sein, eine Frage auch nicht. Aber wenn ich jetzt habe, diese Aussagen setze, dann ist eben auch noch nicht klar, was da genau gemeint ist und habe dann fünf Möglichkeiten diskutiert, die Äußerung, das Schema der Äußerung und verschiedene andere Dinge, die Proposition, was dort in der Literatur so rumschwirrt. Das ist eine Sache, die offen geblieben ist, was jetzt wirklich der Träger von Wahrheit und Falschheit ist. Ich habe dann mit der versöhnlichen Bemerkung geschlossen, dass das nichts ausmacht für die Entwicklung der Logik, wenn man da im Unklaren ist, was denn diese Aussage eigentlich sein soll oder dieser Träger von Wahrheit und Falschheit, weil das für das Folgende tatsächlich nicht relevant wird und deswegen man glücklicherweise diese Frage offen lassen kann. Soweit waren wir gekommen. Hat es Fragen in der Zwischenzeit gegeben? Nicht. Ansonsten wären wir in der Logikübung, also morgen früh zu Nacht schlafender Zeit auch Gelegenheit haben, solche Fragen intensiver zu diskutieren, als es hier in der Vorlesung vielleicht möglich ist. Wir kommen dann, nein, da kommt noch eine weitere, fünfte Bemerkung jetzt, dass Aussagen im Sinne von Definition 1.1 eigentlich lang und umständlich sind, wenn man es genau nimmt. Also wenn man eine Aussage hinschreiben will, die wirklich wahr oder falsch ist, dann ist das relativ lang. Wenn Sie zum Beispiel so ein vereinfachtes Beispiel, so ein Beispiel nehmen, so wie ich es verwendet habe, zum Beispiel, die Wohnung ist schön, dann kann natürlich keine Rede davon sein, dass diese Aussage selber wahr oder falsch ist. Zunächst mal, Sie wissen ja gar nicht, von welcher Wohnung die Rede ist. Sie wissen gar nicht, diese Wohnung, also wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist die Linienstraße 8, zweiter Stock, die Wohnung ist schön, ja schauen Sie die Wohnung mal in 40 Jahren an, da ist sie vielleicht nicht mehr schön, das ist ja auch kein Zeitpunkt gesagt. Und im Übrigen, was heißt denn eigentlich schön? Für den einen mag die Wohnung schön sein, für jemanden mag die Wohnung grässlich, auch das ist nicht klar, weil dieser Ausdruck schön ja auch nicht klar ist. Also zu behaupten, diese Aussage sei wahr oder falsch oder das sei eine Aussage im Sinne von Definition 1.1 ist natürlich weit übertrieben, davon kann gar keine Rede sein. Am einfachsten ist das, wenn man so Beispiele nimmt, 2 mal 2 ist 5. Mathematische Beispiele, da ist klar, dass die wahr oder falsch sind, da muss man nicht mehr dazu quasseln sozusagen, aber bei sowas hier ist überhaupt nicht klar, dass das wahr oder falsch ist. Also, ich müsste also ständig, wenn ich Beispiele nehme, dann ziemlich lange Sätze sagen. Ich müsste also sagen, hier die Wohnung, also zum Beispiel in der Lilienstraße 8, 2. Stock, im Frühjahr 2012, ist schön im Sinne einer Ästhetik von, jetzt weiß ich auch nicht, wen ich jetzt nehme, von schöner Wohnen, Heft 12, 2011. Die haben ja vielleicht irgendeine Ästhetik da drin und sagen einem dann, was schön ist oder nicht schön ist. Und dann kann man hoffen, dass es dann eindeutig ist. Kann man auch wieder sagen, Moment, das sind ja sicher Grenzfälle. Also, wie gesagt, im Deutschen ist das einfach so, deswegen auch die Warnung, dass im Deutschen es überhaupt nicht so ist, dass die Dinge, die wir behaupten, dann eindeutig wahr oder falsch sind, sondern das ist normalerweise viel vager, unbestimmter, als dass man das sagen kann. Für die Logik, aber für diese Logik jetzt brauchen wir das aber, Aussagen im Sinne von Definition 1.1. Ich mache es jetzt im Folgenden so, die Unterstellung, dass die verwendeten Beispielsätze tatsächlich wahr oder falsch sind, im Sinne von Definition 1.1. Vielfach kann man die auch dazu bringen, nur muss man dann riesenlange Sätze machen und das eignet sich dann als Beispiel nicht. Es gibt eine eigene Logik oder mehrere Logiken, die mit dieser Wahrheit der Umgangssprache umgehen und die ernst nehmen. Die haben dann zum Beispiel drei verschiedene Wahrheitswerte, wahr, falsch und unbestimmt. Das ist aber eine andere Logik und Sie können diese Logiken alle nur lernen und verstehen, wenn Sie erstmal diese elementare Logik, die wir hier machen, verstanden haben. Sonst verstehen Sie die Erweiterung nicht wirklich und deswegen müssen wir hier sozusagen uns mit einem relativ schmalen Bereich von Aussagen zufriedengeben, eben denen, die einen Wahrheitswert haben. Dazu machen Sie mal Übung 1.5, um das einzuüben, wovon es hier handelt. So, jetzt kommen zwei Unterscheidungen, die ich nicht wirklich motivieren kann. Ich kann nicht inhaltlich begründen, warum ich diese Unterscheidungen mache und sie sind überhaupt nicht plausibel auf Anhieb. Also man kann sehen, ja, das ist ein Unterschied, aber wozu? Das können Sie einfach nicht sehen, sondern diese Unterscheidungen führen zu einer bestimmten Eingrenzung eines Typs von logischen Folgerungen, eben diejenigen, die in der Aussagenlogik behandelt werden. Aber das können Sie hier noch nicht sehen, das kann ich Ihnen nur versprechen. Sie werden dann aber sehen, dass in der Tat diese Logik, die erste, die wir hier behandeln werden, die Aussagenlogik, eben nur auf den Weg kommen kann, wenn Sie diese Unterscheidungen machen, die beiden, die jetzt gemacht werden. Ich nehme Sie also sozusagen an der Hand und ich hoffe, dass Sie vertrauensvoll sich von mir an der Hand genommen führen lassen, dahin, wo wir jetzt hingehen. Und Sie wissen halt noch nicht genau, wo es hingeht, ich verspreche Ihnen einfach jetzt, es geht dahin. Sie können aber eine innere Distanz dazu bewahren und sagen, ach, das möchte ich aber erst mal sehen, was der jetzt macht. Also, und ich beginne dazu mit einer Unterscheidung von sogenannten zusammengesetzten und unzusammengesetzten Aussagen. Da sehen Sie schon, das sind Anführungsstriche, denn unzusammengesetzt, gibt es sowas überhaupt? Ja, in einem ganz bestimmten Sinne nämlich, nämlich Aussagen sind eben entweder aus separierbaren Teil Aussagen zusammengesetzt oder nicht. Also darum geht es. Es geht um ein zusammengesetzt sein aus Teil Aussagen. Aus irgendwas sind Aussagen immer zusammengesetzt, also Wörter, Buchstaben oder was immer man da nimmt, je nachdem, was man für einen Aussagenbegriff hat. Also irgendwas sind die immer zusammengesetzt. Hier geht es nur um die Zusammensetzung aus anderen Aussagen und aus nichts anderes. Also Beispiel 1.9. Bleiben wir auf dem Wohnungsmarkt, der in Hannover ja relativ erfreulich ist. Die Wohnung ist schön und sie, also die Wohnung ist ziemlich teuer. Da haben Sie also zwei Aussagen, die mittels eines und zusammengeknüpft sind, verbunden sind. Die Wohnung ist schön und die Wohnung ist ziemlich teuer. Auch das ziemlich teuer ist natürlich fürchterlich vage, das ist klar. Naja, wenn Sie sagen 20 Euro pro Quadratmeter, dann ist das in Hannover wirklich ziemlich teuer. Gut, also wir haben hier zwei Teilaussagen, die sind zusammengesetzt mit einem und. So, dann machen wir gleich noch ein Beispiel, weil es so unglaublich spannend ist. Beispiel 1.10. Anton liest ein Buch über Logik, weil Anton, weil er die Logik unglaublich spannend findet. Auch hier haben Sie natürlich zwei Aussagen. Anton liest ein Buch über Logik und Anton findet die Logik unglaublich spannend. Das sind zwei Aussagen und die Gesamtaussage ist aus diesen beiden Teilaussagen zusammengesetzt und die Verknüpfung der beiden Teilaussagen findet mittels eines des Wortes weil statt. Also das Deutsche liefert uns Möglichkeiten, Aussagen zu neuen Aussagen zu kombinieren. Das kann das Deutsche. Das ist uns sozusagen sprachlich möglich und wir machen das immer wieder in verschiedenen Kontexten, dass wir Aussagen zusammensetzen. Nicht eine Selbstverständlichkeit, dass das geht, aber die Sprache stellt uns das zur Verfügung. Und dazu machen Sie noch Übung 1.6, um mit solchen zusammensetzten Aussagen zu spielen. Also wenn ich jetzt von unzusammengesetzten Aussagen spreche, dann heißt das hier lediglich nicht aus Teilaussagen zusammengesetzt. Aus Begriffen sind natürlich zusammengesetzt, trivial, aber nicht aus Teilaussagen. Und darauf kommt es jetzt an. Wir interessieren uns eben auf solche Aussagen, die aus Teilaussagen zusammengesetzt sind. Und jetzt kommt noch eine Definition, die brauchen Sie nicht fürchterlich besonders wichtig zu merken, aber Sie finden in der Literatur manchmal Aussagen, die nicht aus Teilaussagen zusammengesetzt sind, heißen atomare Aussagen oder Aussagen Atome. Naja, so wie halt Atome, die sind irgendwie nicht zusammengesetzt. Aber wie gesagt, es geht hier nur um die Nicht-Zusammensetzung aus anderen Teilaussagen. Nur darum. Also auch das ist nicht überaus aufregend. Und jetzt machen wir im nächsten Schritt, also das ist klar, kann man die Unterscheidung machen, wozu, werden wir später sehen. Und jetzt machen wir innerhalb dieser Aussagen Verknüpfungen, also diese Wörter wie und und weil, die das leisten, die uns aus Zweiteilaussagen eine Gesamtaussage machen. Jetzt machen wir innerhalb dieser Aussageverknüpfung eine Unterscheidung. Und diese Unterscheidung, die ist für Sie vollkommen, also sie wird einsichtig sein, wozu denn das? Und das werde ich Ihnen zeigen. Das sind die sogenannten, da verstehen Sie die Wörter schon gar nicht, extensionale versus intentionale Aussagenverknüpfungen. Habe ich in der theoretischen Philosophie mal über Extension und Intention was gesagt? Möglicherweise. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Zumindest nicht hier. Also es ist eine Unterscheidung von Aussagenverknüpfungen. Wir haben es also gesehen, es gibt so dieses Und und das Weil und es gibt noch andere. Und da kann man jetzt zwei Sorten unterscheiden. Und das ist jetzt wie gesagt für Sie völlig vom Himmel und ist vollkommen merkwürdig. Es kann nämlich sein, dass der Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage, also ob sie wahr oder falsch ist, nur von den Wahrheitswerten der Teilaussagen abhängt. Aha, so, so. Also das kann sein und das heißt insbesondere, dass der Wahrheitswert der Gesamtaussage nicht vom Sinn der Teilaussagen abhängt. Das ist das Entscheidende. Also das ist sehr merkwürdig, dass Sie also feststellen können, ob die Gesamtaussage wahr ist. Dazu müssen Sie gar nicht wissen, was die Teilaussagen bedeuten, sondern es reicht, wenn Sie wissen, ob die Teilaussagen wahr oder falsch sind. Das ist die Situation. Wie gesagt, wozu man es brauchen kann, ist völlig uneinsichtig an diesem Punkt. Kommt gleich ein Beispiel. Also, wenn Sie den Satz haben, Beispiel 1,9, die Wohnung ist schön und die Wohnung ist ziemlich teuer, dann ist ganz klar, wenn die beiden Teilaussagen wahr sind, dann ist auch die Gesamtaussage wahr. Da müssen Sie gar nicht mehr wissen. Es reicht, wenn Sie wissen, es ist schön, es ist teuer und dann wissen Sie, dass selbstverständlich die Gesamtaussage auch wahr ist. Dort ist das so. Und wenn eine Teilaussage falsch ist, also jemand schwärmt über die Wohnung und die kostet aber 800 Euro für 12 Quadratmeter ohne Bad, ja, dann ist sie ja, also die mag ja schön sein, wie du willst. Aber ich meine, die Gesamtaussage ist doch einfach nicht wahr. Wenn der Vermieter Ihnen die also anpreist, also diese Wohnung ist schön und sie ist, oh gut, und sie ist ziemlich teuer. Doch, das stimmt ja bei diesem Preis. Also, das ist ja wahr, aber sagen wir, Sie kostet also 100 Quadratmeter und Stuckdecken und sie kostet wirklich 98 Euro im Monat mit Heizung inklusive und warmem Wasser. Nein, 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 also das ist ja wirklich nicht ziemlich teuer. Also, dann ist die Gesamtaussage natürlich falsch. Also, bei so einem Und-Aussagen ist es einfach so, dass Sie ja beide Aussagen irgendwie behaupten mit so einer Und-Aussage und wenn dann eine falsch ist, ist natürlich die Gesamtbehauptung auch falsch, weil Sie ja beides zusammen behaupten. Also, dann ist die Gesamtaussage falsch. Und jetzt gibt es, also, das ist relativ einleuchtend, haben Sie vielleicht noch nie drüber nachgedacht, ist aber relativ klar, dass das Und funktioniert halt so, das verknüpft zwei Sachen, dass man halt beides behauptet und wenn eins falsch ist, ist natürlich das Gesamtpäckchen auch nicht in Ordnung. Und jetzt vergleichen Sie mal das Folgende, wenn Sie den Satz nehmen, Anton liest ein Buch über Logik, weil Anton die Logik unglaublich spannend findet. Wie ist denn das jetzt hier? Nehmen wir mal an, beide Teilaussagen sind wahr, ist dann die Gesamtaussage auch wahr? Also, wenn der tatsächlich ein Buch über Logik liest und er findet tatsächlich die Logik unglaublich spannend, ist deshalb diese Gesamtaussage auch wahr? Ja. Was meinen Sie? Skeptische Minen? Sehe ich, ja. Genau. Also, es steckt eine Intention dahinter, also, dass die Logik unglaublich spannend findet und das kann natürlich dazu führen, dass er deswegen dieses Buch liest, kann aber auch ganz andere Gründe haben. Er mag ja die Logik unglaublich spannend finden, möchte aber viel lieber ins Kino gehen, aber seine Freundin lässt ihn wieder warten und warten und warten und dann schlägt er halt die Zeit tot und liest in der Zwischenzeit das Buch über Logik. Eigentlich möchte er nur die Zeit tot schlagen und das ist einfach ein anderes Motiv. Also, bei dieser Weil-Aussage ist es so, selbst wenn Sie wissen, dass die beiden Teilaussagen wahr sind, können Sie noch nicht sagen, ob die Gesamtaussage wahr ist. Das hängt eben darauf an, ob er wirklich deshalb das Logikbuch liest. Es ist also, wenn Sie nur wissen, dass die beiden Teilaussagen wahr sind, nicht entscheidbar, ob die Gesamtaussage wahr ist. Das Weil funktioniert einfach irgendwie anders als das Und. Da kommt es auf etwas anderes an. Wie gesagt, ob das wichtig ist oder nicht, das sehen Sie hier noch nicht, das werden Sie erst später sehen. Also, das ist nicht entscheidbar aufgrund der Wahrheitswerte allein. Und jetzt, wir brauchen diesen Unterschied, weil wir uns nur für die eine Sorte von Aussagenverknüpfungen hier interessieren werden. Das geht aus bestimmten Gründen nicht anders. Und die, für die wir uns interessieren, da kommt jetzt eine etwas kompliziert klingende Definition 1.4. Die eine Sorte wie das Und von Aussagenverknüpfungen, die heißen extensionale Aussagenverknüpfungen. Das zweite Wort ist wahrheitsfunktionale Aussagenverknüpfungen. Und das dritte mögliche Wort ist Jungtoren. Das sind die drei Wörter, die hier im Gange sind. Extensionale Aussagenverknüpfungen, wahrheitsfunktionale Aussagenverknüpfungen oder Jungtoren. Und was haben die für eine Eigenschaft? Die verknüpfen zwei Teilaussagen so zu einer Gesamtaussage, dass der Wahrheitswert der Gesamtaussage von den Wahrheitswerten der Teilaussagen eindeutig bestimmt ist. So wie bei dem Und. Das Und, das macht das. Sobald Sie wissen, was die Wahrheitswerte der Teilaussagen sind, wissen Sie, was der Wahrheitswert der Gesamtaussage ist. Und diese extensionalen Aussageverknüpfungen, das sind die, die das können, so wie das Und. Und der Gegenbegriff, das sind dann die intentionalen Aussageverknüpfungen, über die Wörter sage ich gleich was, intentional, extensional. Die verknüpfen zwei Teilaussagen so zu einer Gesamtaussage, dass der wahrheitswerte Gesamtaussage von den Wahrheitswerten der Teilaussagen allein nicht eindeutig bestimmt ist. So wie das Weil. Wenn Sie wissen wollen, ob die Aussage mit dem Anton liest das Buch, weil er sich dafür Logik interessiert, dann reicht es nicht, dass Sie einfach nur wissen, er liest, jawohl, und er interessiert sich für Logik. Wie gesagt, er könnte ein anderes Motiv haben, eine andere Intention. Also das ist dieser Unterschied von Aussagenverknüpfungen. Die Terminologie, also diese merkwürdige Rede hier von Extensionalen, nicht Extentionalen, sondern Extensionalen und Intensionalen Verknüpfungen, das ist aufgrund einer längeren Geschichte, ist Intention, heißt oft sowas wie der Satzsinn. Und Extensional und deswegen Intensional, Extensional und Extensional heißt dann vom Satzsinn unabhängig. Also dort kommt diese Redeweise her. Wahrheitsfunktional, da komme ich noch darauf zu sprechen, warum die so heißen, hatte ich schon mal über Wahrheitswerte gesprochen, das liegt so an so Funktionen, brauchen Sie im Moment auch noch nicht zu wissen. Also das ist die Unterscheidung, denken Sie einfach bei den Extensionalen an das und, so wie ich es eingeführt habe in dem Beispiel, und bei den Intensionalen an das weil, diesen Unterschied, der wird hier in einer Definition sozusagen eingefroren. Das hier sind, also hier gibt es sozusagen, habe ich hemmungslos, mache ich hier von Definitionen Gebrauch und zwar deswegen, weil ich über diese Definitionen neue Wörter einführe. Das kann ich natürlich machen, da ist Definition ein sehr gutes Mittel, wenn die präzise formuliert sind, dann wissen Sie in Zukunft, wie Sie das jetzt neu gelernte Wort, Extensionale Aussagenverknüpfung, verwenden müssen. Das können Sie nachscheinend in der Definitionen, müssen Sie sich auch daran halten. Anders ist es in der Philosophie, wo ich am Anfang gesagt hatte, da muss man vorsichtig sein mit Definitionen, wenn man schon in Gebrauch befindliche Wörter, in Gebrauch befindliche Begriffe sozusagen festfriert durch eine Definition. Das ist komplizierter, heikler, delikater, wie Sie sagen wollen, wie man es nennen will. Bei diesen hier, wo man ein neues Wort einführt, wenn die Definition klar ist, gibt es sozusagen gar kein großes Problem im Moment. Machen Sie dazu Übung 1.7, weil Sie da einüben können, diesen Unterschied von den extensionalen und intensionalen Aussageverknüpfungen. Ist das der Sache nach klar? Wie gesagt, Sie verstehen überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Das können Sie nicht verstehen hier, aber der Unterschied selber ist klar, glaube ich. Oder gibt es Fragen, Rückfragen, Zweifel, Begeisterung? Ja, endlich haben Sie es. Ja, endlich ist der Lange der Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie wissen endlich, was extensionale Aussagenverknüpfungen sind. Gut, so und jetzt sind wir schon sozusagen unterwegs. Diese Unterscheidung, die ich jetzt gemacht habe, die brauchen wir eben. Das ist erst Sätze versus Aussagen, dann die Aussagen, also diese spezifische Form der Aussagen, die Aussagen zusammengesetzt, nicht zusammengesetzt und diese Zusammensetzungspartikel, diese Aussagenverknüpfungen, da gibt es eben die extensionalen und die intensionalen. Und wir brauchen im Folgenden eben die extensionalen Aussageverknüpfungen. Die brauchen wir und darum habe ich diese drei Schritte machen müssen, damit wir zu diesen extensionalen Aussageverknüpfungen sozusagen lückenlos hinkommen. Jetzt geht es also los mit der Aussagenlogik. Die hat auch noch andere Bezeichnungen. Satzlogik, ja, insofern, dass Aussagen eben auch Sätze sind, kann man sagen, Satzlogik. Sie heißt eben auch Junktorenlogik. Und die Junktoren, das haben Sie vorhin gerade gelernt, die extensionalen Aussageverknüpfungen, die heißen eben auch Junktoren. Und weil die so eine große Rolle spielen, darum heißt diese Logik eben auch Junktorenlogik. Der Gegenstand dieser Aussagenlogik, und jetzt beginnen Sie zu ahnen, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, das sind logische Folgerungen, die ganz grob gesagt auf den Junktoren beruhen. Ja, da ist wesentlich für die logische Folgerichtigkeit, sind diese Junktoren, also diese extensionalen Aussageverknüpfungen. Deswegen brauchen wir die. Ja, deswegen kann ich Ihnen diese Logik nur darlegen, wenn Sie erst, wenn Sie wissen, was diese extensionalen Verknüpfungen sind. Und dann werden wir sehen, die können irgendwas machen, die können irgendwie für logische Folgerungen wesentlich sein. Das kommt Ihnen jetzt komisch vor, Sie werden es dann an Beispielen sehen, das kennen Sie längst, also sogar Vierjährige kennen das. Die nennt man dann, diese logischen Folgerungen, die nennt man dann eben aussagenlogische Folgerungen, weil sie zur Aussagenlogik dazugehören. Auch nicht besonders. So, und das Kernstück der Logik ist immer die aussagenlogische Form einer bestimmten Logik, hier der Aussagenlogik. Wir müssen jetzt also uns auf den Weg machen, um diesen Begriff der aussagenlogischen Form kennenzulernen. Nochmals, die aussagenlogische Form isoliert dasjenige an Aussagen, was für eine bestimmte Klasse von logischen Folgerungen verantwortlich ist und deswegen wollen wir das sehen, was das ist. Und dazu, auch das hatte ich Ihnen bereits gesagt, muss man irgendein Zeichensystem haben, damit man diese aussagenlogischen Formen nicht nur irgendwie abstrakt im Kopf behält, sondern dass man sozusagen hinschreiben kann und dann sie anschauen kann, diskutieren kann, mit Ihnen rumspielen kann eventuell. Und wir brauchen also ein Zeichensystem für die aussagenlogische Form und das ist, wie gesagt, im Moment noch alles total abstrakt für Sie und nicht nachvollziehbar richtig, aber Sie sollen nur wissen, wo die Reise jetzt hingehen soll. Und in diesem ersten Kapitel, oder ersten Abschnitt von Kapitel 2, geht es also um das Zeichensystem der Aussagenlogik. Ein Zeichensystem, um logische Formen zu bezeichnen. Genauer, aussagenlogische Formen. Das brauchen wir und dazu beginne ich jetzt mit diesen wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen. Jetzt verwende ich das andere Wort, also extensionale Verknüpfungen oder Jungtoren. Und die müssen wir uns jetzt genauer anschauen, weil die, wie gesagt, eine Rolle spielen bei diesen aussagenlogischen Folgerungen. Also lassen Sie sich nicht durcheinander bringen, wenn Sie sagen, ich verstehe das alles nur zur Hälfte. Ich weiß nicht, ich sage Ihnen nur, wo der Weg hingeht. Und der Weg geht hin zur logischen Form, die brauchen wir für die Folgerungen. Aber um zu der Form zu kommen, muss man einfach dann auch erst ein Zeichensystem haben, muss das erst diskutieren und das mache ich. Danach fällt dann schon alles an den richtigen Ort. Die wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen wurden schon in der antiken Philosophie behandelt. Also man hat die Aussagenlogik schon in der antiken Philosophie behandelt. Das ist nicht bei Aristoteles, sondern kurz danach hat man das sehr genau sich angeschaut. Die Darstellung von solchen wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen, die wie gesagt ein Kernstück sind von dieser Aussagenlogik, die kann man darstellen heute mittels Wahrheitstafeln. Das ist besonders übersichtlich. Und da sehen Sie sofort, wenn Sie es einmal anschauen, warum das so ist. Und die werde ich Ihnen jetzt dann einführen, indem ich einige solcher wahrheitsfunktionaler Verknüpfungen betrachte. An allererster Stelle werde ich wahrscheinlich welche wahrheitsfunktionale Verknüpfung betrachten. Was würden Sie raten? An allererster Stelle, die eine, die ich bisher behandelt habe, das UND, die ich Ihnen vorgeführt habe, mit der beginne ich natürlich. Ich wäre ja didaktisch ein Hornochse, wenn ich jetzt mit was anderem beginnen würde. Und ich gebe diesen Dings jetzt, das hat auch einen Namen, das heißt die Konjunktion. Also den Ausdruck kennen Sie nicht, der Konjunktiv ist was ganz anderes. Die Konjunktion heißt das. Und die Konjunktion, also da werden wir jetzt genauer hinkommen. Nochmal Beispiel 1,9. Die Wohnung ist schön und die Wohnung ist ziemlich teuer. Da ist das UND in diesem Beispiel eine wahrheitsfunktionale Verknüpfung. Wahrheitsfunktionale Verknüpfung heißt, wenn ich den Wahrheitswert der beiden Teilaussagen kenne, erkenne ich auch einen Wahrheitswert der Gesamtaussage. Das hatte ich Ihnen schon vorgeführt. So, und da gibt es jetzt Abkürzungen, wie man dieses UND, wie man das sozusagen etwas kurzprägnant schreiben kann. Ich mache mal die Abkürzung für den Satz, die Wohnung ist schön, A1. Das ist eine Abkürzung, die ich jetzt dann verwende. Und die Wohnung ist ziemlich teuer, mache ich die Abkürzung A2. Das sind wirklich Abkürzungen. Ich sage das sehr bewusst, weil Sie in Logikbüchern manchmal anderes auch lesen können. Ich mache einen genauen Unterschied zwischen Abkürzungen und was anderem. Hier sind es wirklich Abkürzungen. Einfach ein anderes, nur A1 ist halt kürzer als die Wohnung ist schön zu schreiben. Und jetzt für das wahrheitsfunktionale UND. Ich sage immer dazu, das wahrheitsfunktionale UND. Es gibt noch andere UND im Deutschen. Aber dieses da ist wahrheitsfunktional. Da gibt es verschiedene Zeichen. Also da macht man damit, dass richtig kompakt dann wird. Und das eine ist so ein Dach. Dieses hier. Das ist das, was ich verwenden werde. Es gibt in der Logikliteratur andere Zeichen. Die ist also heterogen. Es gibt verschiedene Zeichensysteme. Und da gibt es überhaupt letzten Endes keine guten Argumente für das eine oder das andere. Ob Sie jetzt dieses nehmen oder was anderes. Für irgendeines muss man halt nehmen. Ich nehme halt dieses. Sie finden in der Literatur auch das Malzeichen dafür und das UND-Zeichen. Also dieses, was man auch im Deutschen oder im Englischen verwendet. Dieses UND. Und dann kann man diese Aussage, die ursprüngliche Aussage Beispiel 1, 9 eben schreiben als A1 und A2. Beziehungsweise, wenn man es vorliest, muss man immer es gleich sagen. A1 und A2 oder als A1 und A2 oder als A1 und A2. Und Sie haben halt jedes Mal ein anderes Zeichen. Entweder eben dieses Dächlein, dieses Hübsche oder das Pünktlein oder gar nichts oder eben dieses UND-Zeichen. Und wie gesagt, diese A's, das sind einfach Abkürzungen für die Wohnung ist schön und die Wohnung ist ziemlich teuer. Also, das ist noch nicht fürchterlich aufregend. Ich habe Ihnen jetzt nur ein paar Abkürzungen. Das kann man also im Kindergarten schon eigentlich machen. Gut, die können so schlecht lesen noch zum Teil. Also Abkürzungen machen ist nicht besonders intellektuell herausfordernd. Das ist also nichts Besonderes. Da müssen wir noch ein bisschen mehr sagen. Und jetzt kann man Folgendes machen. Wenn man solche wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen hat, dann kann man diese Verknüpfungen darstellen mit ganz einfachen Tafeln. Und das geht eben folgendem mit sogenannten Wahrheitstafeln. Und das geht zum Beispiel folgendermaßen, da habe ich Ihnen die Wahrheitstafel für die Konjunktion angegeben. Und das müssen Sie folgendermaßen lesen. Sie haben also irgendeine Aussage A1, eine Aussage A2. Und jetzt ist es so, wenn die beiden Teilaussagen wahr sind, dann ist die zusammengesetzte Aussage auch wahr. Ja, weil das über das Und ist. Ja, das bedeutet das Und gerade. Das Und sagt gerade in dieser Funktion des Und, es gibt andere Funktionen des Und, bedeutet es gerade, ich behaupte beides. Sowohl das eine als auch das andere. Entsprechend, wenn beide wahr sind, ist natürlich auch das zusammenbehauptete wahr. Und entsprechend ist auch, dass zusammen natürlich falsch, wenn eines von beiden falsch ist, entweder das erste oder das zweite, oder noch schlimmer, wenn beide falsch sind. Dann ist natürlich die Gesamtaussage auch falsch. Und diese Darstellung, dass ich hier den Wahrheitswert hinschreiben kann, ohne dass ich weiß, was das A1 und das A2 überhaupt bedeuten, das geht natürlich genau deswegen, weil dieses Und eben wahrheitsfunktional ist. Weil ich eben nur wissen muss, was ist der Wahrheitswert von A1 und A2 und dann kann ich bereits sagen, was der Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage ist. Das geht gerade nur bei den Wahrheitsfunktionalen. Also Sie können also das Weil zum Beispiel nicht so darstellen, das geht prinzipiell nicht. Können Sie auf der rechten Seite nichts eintragen, auf der rechten Seite, also der rechten Spalte. So. Das heißt die Wahrheitstafel. Das klingt doch toll. Also ein ganz simples Schema, wirklich für Grundschüler, glaube ich, bestens zugänglich. Das ist die Wahrheitsfunktional, das ist die Wahrheitsfunktionale und. Nochmal im Deutschen, ich komme noch mit Beispielen, das und ist ein bisschen, im normalen Sprachensinn ist alles viel komplizierter als in der Logik, weil alle Sachen verschiedene Funktionen haben, es wie in der Biologie und das ist immer kompliziert und man macht das in der Logik sozusagen, kocht man das runter auf was ganz Einfaches, das braucht man hier. Das Wahrheitsfunktionale und, das heißt die Konjunktion, das haben Sie schon an der Überschrift gesehen, das nennt man halt so, dass man da ein Fachwort hat. Also Sie können in Zukunft einfach über Konjunktion reden und keiner weiß, wovon Sie reden, wenn er nicht im Logikkurs war. Und die Teilaussagen heißen Konjunktionsglieder. Aber wenn man darüber redet, dann ist es ganz einfach, wenn man dann sagt, aha, A1 ist ein Konjunktionsglied hier in dieser Aussage und A2 ist ein Konjunktionsglied. So, das macht, glaube ich, keine großen Schwierigkeiten, ist einsichtig, auch wenn Sie meinen, wozu das Ganze? Wofür sollen das wieder gut sein? Wie gesagt, das ist alles ein Versprechen, das ist für was gut. Wir müssen uns eben hier jetzt einen Überblick verschaffen über wahrheitsfunktionale Verknüpfungen, weil wir sie später dann brauchen und es sind zwar verschiedene davon und deswegen muss ich Ihnen diese verschiedenen wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen eben vorführen und die beste Vorführung von denen ist, indem man die Wahrheitstafeln aufschreibt, eben diese Tabellen, weil Sie da sehen, wie diese wahrheitsfunktionale Verknüpfung funktioniert. Haben Sie da eine Frage dazu? Ich erwarte es nicht direkt, aber wie gesagt, lassen Sie nicht, ich nehme Sie an, Sie sind weiter an meiner Hand und Sie vertrauen mir. Ich führe Sie wohin? Es ist wunderschön dort, glauben Sie mir. Gut, Sie kriegen auch Warnungen, Vorsicht hier, sehen Sie, also ich passe wirklich auf Sie auf. Vorsicht, nicht jedes deutsche Und ist wahrheitsfunktional. Also das ist so, dass diese wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen, die muss man sozusagen gewissermaßen aus dem Deutschen so ein bisschen rausholen. Da muss man was isolieren aus dem Deutschen, denn wenn Sie so ein Beispiel nehmen, Beispiel 2.1, die Ärztin gab Hans ein Medikament und Hans wurde gesund. Also dieses Komma da ist, glaube ich, nicht ganz super korrekt im Deutschen. Kann man so machen, doch. Danke, sind Sie Deutschlehrerin gewesen? Gut, wunderbar. Also ist in Ordnung. Dankeschön. Ja. Also die Ärztin gab Hans ein Medikament und Hans wurde gesund. Also da muss man dann eben eine Pause machen, das sagt eben das. Dort ist es so, dass dieses Und natürlich nicht nur einfach zwei unverbundene Sachen sagt, sondern wer diesen Satz äußert, der meint natürlich, naja, der wurde natürlich deswegen gesund, der Hans, weil ihm die Ärztin das Medikament gegeben hat. Also der Satz zum Beispiel, die Ärztin gab Hans ein Medikament und Hans wurde krank. Ja, der sagt man, wie bitte? Moment, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, oder? Weil man bei diesem Und automatisch einen Zusammenhang mitdenkt. Der bei dem Wohnungsbeispiel nicht so dieses Kausale, jedenfalls wenn dann ganz im Hintergrund, während es hier ganz klar ist, wenn man so was sagt, dann erzählt man sozusagen eine Geschichte und in der Geschichte hängen diese Dinge dann irgendwie implizit, jedenfalls kausal zusammen, wenn sie so einen Satz sagen. Also ich bin dann gestern ins Krankenhaus gegangen und dann ging es mir gleich besser, nachdem mir da mein Bein eingebunden worden ist oder sowas. Ja, da meint man natürlich immer so einen kausalen Zusammenhang und dieses Und, das ist eben so viel wie Und deshalb oder so ein Weil und das ist nicht wahrheitsfunktional. Ja, also wenn es so wäre zum Beispiel, dass da eine Spontanheilung aufgetreten ist, ja, dann würden sie diesen Satz eben nicht als wahr empfinden. Also wenn es in Wirklichkeit so ist, dass der Hans eine Krankheit gehabt hat, die genau nach drei Tagen einfach zu Ende ist und man dann wieder gesund ist und am zweiten Tag gibt die Ärztin nicht wissend, dass es genau diese Krankheit ist, ein Medikament und er wird nicht aufgrund des Medikamentes gesund und dann erzählt ihnen jemand diese Story, wenn sie sagt, Moment einmal, das stimmt doch gar nicht, der ist doch nicht aufgrund des Medikaments gesund geworden. Also das Und hat einfach auch diese Funktion, dieses Und deshalb, das ist nicht wahrheitsfunktional und das ist von der Konjunktion nicht gemeint. Sie dürfen also nicht einfach blindlings, wenn Sie ein deutsches Und sehen, sagen, ach, das ist das Häkchen da, das Dach, das wahrheitsfunktionale Und ist es oft nicht, sondern man muss genau hinschauen, was bedeutet das Und in diesem Kontext. So, das war schon das Und, da gibt es nicht viel zu sagen, die sind eben so einfach, diese wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen, kann man keine langen Stories darüber erzählen normalerweise, obwohl ich diese Behauptung nachher gleich falsifizieren werde. So, wir nehmen noch die Adjunktion, weil die so reizend und charmant ist und hier auch ein Beispiel. Hans unterhält sich mit seiner Mutter oder er häkelt. Ein Beispiel, das wirklich aus dem Leben gegriffen ist, wie viele von den Beispielen, die Sie hier sehen, die sind einfach viel schöner, wenn ich nehme, zweimal zwei ist fünf oder das ist ja langweilig, sondern Hans unterhält sich mit seiner Mutter oder er häkelt, hätte ich Sabine sagen sollen oder Brigitte, Heike. Gut, also, das Oder ist im Deutschen aber nicht eindeutig. Das ist, das Oder ist im Deutschen also ein relativ schwieriges, also schwierig, aber das ist einfach nicht eindeutig. Es gibt das einschließende Oder, im Lateinischen heißt das Wähl und das ausschließende Oder, das im Deutschen oft auch mit entweder Oder gesagt, bezeichnet wird oder ausgedrückt wird, im Lateinischen das Out. Im einen Fall, beim einschließenden Oder schließt man, sagt man, es kann auch beides gleichzeitig sein. Also, das kann, Hans unterhält sich mit seiner Mutter oder er häkelt, hier klingt es eigentlich wie ein ausschließendes Oder, dass man sagt, entweder tut er das eine oder das andere. Das muss aber nicht ausschließend sein, sondern es kann eben einschließend gemeint sein, dass beide Möglichkeiten zugelassen sind. Beide diese Oders sind wahrheitsfunktional. Beide Oders sind wahrheitsfunktional, aber nur sozusagen einzeln sind sie wahrheitsfunktional. Das einschließende Oder, das ist das Oder, das wir im Folgenden besonders verwenden wollen, ist die sogenannte Adjunktion. Die hat auch den technischen Namen Disjunktion. Das tut aber wirklich mir immer sprachlich weh, weil Disjungere natürlich auseinander, irgendwas mit auseinander ist und alternativ. Das sollte an die Disjunktion wäre eher das ausschließende Oder, heißt aber so. Ich sage sie nur für die Literatur, ich verwende immer das Wort Adjunktion und das kriegt auch wieder so ein unglaublich schönes Bild hier. Das hat so wie so ein V, das hat mit dem lateinischen WL zu tun, daran können Sie es merken. Und was natürlich auch wirklich schön ist, das ist so umgekehrt wie das von der Konjunktion. Also herrlich, da kann man wirklich ästhetisch doch großes Vergnügen dran haben. Also das ist dieses einschließende Oder und jetzt wollen wir uns dieses einschließende Oder mal genauer anschauen, und zwar diese Adjunktion eben, die Wahrheitstabelle und die sieht dann klarerweise so aus. Sie sagen einfach, ich habe zwei Möglichkeiten, die auch gleichzeitig erfüllt sein können. Das oder jenes. Also gut, schauen wir es mal an. Da ist klar, wenn das eine wahr ist und das andere wahr ist und beide zusammen dürfen wahr sein, dann ist das natürlich auch wahr. Wenn eines falsch ist, bleibt die ganze Sache dennoch wahr, weil dann natürlich eines der beiden erfüllt. Und Sie sagen ja Oder, es können beide sein, aber es kann auch nur eines sein. Das gilt hier auch. Und nur wenn beide falsch sind, dann ist die Aussage A1 oder A2 ebenfalls falsch. Also nur für diesen Fall. Gut, was gibt es da noch mehr zu sagen? Also die Teilaussagen heißen dann Adjunktionsglieder, so wie bei der Konjunktion Konjunktionsglieder. Und dazu machen Sie Übung 2.1. Das ist in jedem Fall sehr nützlich. Und damit sind wir auch mit der Adjunktion schon zu Ende. Das ist ganz einfach. Ich meine, was wir da machen, ist ja lediglich, dass wir einen bestimmten Sprachgebrauch, der mit solchen Und und Oders und solchen Wörtern im Deutschen einfach gang und gäbe ist, der aber nicht so klar ist unbedingt, den halten wir einfach fest mit einer Tabelle, mit dieser Wahrheitsfunktionalen, mit dieser Wahrheitstafel. Da ist also gar keine große Kunst dabei, sondern es ist lediglich ein tabellarisches Festhalten, das dann dazu dient, diese wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen besser zu fixieren. Dann machen wir jetzt die Pause von 10 Minuten und dann geht es weiter. So meine Damen und Herren, dann fahren wir weiter. Ich bin mir bewusst, dass das nicht überaus spannend ist heute in dieser Sitzung. Wir müssen einfach durch diese wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen durch. Es wird vielleicht ein bisschen spannender bei der übernächsten Verknüpfung, weil sie dort in der Literatur relativ schlecht behandelt werden, meistens von Logikbüchern. Und ich versuche sie etwas besser zu behandeln. Es geht aber jetzt erst um etwas, was wieder relativ einfach ist, die Negation. Und da nehmen wir auch wieder ein Beispiel. Beispiel 2-3, jetzt wieder für eine andere Klientel, die daran Freude hat, die weniger gern häkelt vielleicht. Es ist nicht der Fall, dass die formale Logik eine rein mathematische Disziplin ist. Das ist irgendwie, da wird etwas Negatives gesagt, das ist nicht der Fall. Das ist das genaue, später werden wir das genauer feststellen, kontradiktorische Gegenteil der Aussage, die formale Logik ist eine rein mathematische Disziplin. Also wenn jemand davon genau das Gegenteil sagen will, dann würde sowas sagen, die formale Logik, es ist nicht der Fall, dass die formale Logik eine rein mathematische Disziplin ist. Dieses genaue Gegenteil. Im Deutschen sagt man nur so genau, kontradiktorisch ist dann ein technischer Term. Für diese Sorte der Gegenteilsbildung, da gibt es auch ein Zeichen, also das heißt die Negation, das sagt man im Deutschen ja auch so. Und das Zeichen ist so ein komisches, ich weiß gar nicht, so eine Hacke. Da wird einfach die Aussage niedergehackt. Es gibt auch andere Zeichen, also man schreibt dann eben wieder, wenn ich so eine Abkürzung für eine Aussage habe, ah, also schreibt man eben statt dieser Hacke, diesem hier, schreibt man auch eine Tilde oder es gibt auch das mit einem überstrichenen A. Das konnte aber mein Computer nicht schreiben, leider. Also ein überstrichenes A. Ich benutze es sowieso nicht nur in der Literatur, wie gesagt, es gibt verschiedene Zeichensysteme. So, und die Negation ist natürlich keine Aussagenverknüpfung. Ja, da werden nicht zwei Aussagen miteinander zu was verknüpft. Sie ist aber wahrheitsfunktional in dem Sinne, wenn Sie wissen, dass die Aussage, um die es geht, wahr ist, dann wissen Sie auch sofort, was die negierte Aussage ist und umgekehrt. Sie müssen auch wieder den Sinn nicht wissen, es ist also wahrheitsfunktional und sie macht eben aus einer Aussage, aus wahrheitsfunktionaler Weise eine andere. Und zwar natürlich gerade eine, die einen umgekehrten Wahrheitswert hat. Wenn die eine wahr ist, die andere falsch und umgekehrt. Und deswegen kann man sehr einfach eine Wahrheitstafel dafür hinschreiben. Sie haben eine Aussage und dann wissen Sie, die negierte Aussage ist dann eben falsch, wenn die wahr ist und wenn die Ausgangsaussage falsch ist, ist die negierte Aussage wahr. Das ist also relativ primitiv. Das ist ganz einfach. Man muss nur im Deutschen sehr vorsichtig sein, weil es verschiedene Weisen des Negierens gibt. Ich habe das jetzt so mal umschrieben, die genaue Negation einer Aussage und das deutsche Wort nicht, das eine Rolle spielt. Also es ist nicht der Fall. Sie können sagen, es ist der Fall, dass die Logik eine rein mathematische Disziplin ist. Sie können sagen, es ist nicht der Fall. Das. Und das Nicht ist im Deutschen das Wort für die Negation. Man muss aber sprachlich sehr vorsichtig sein, wo man das nicht hinsetzt. Und wir nehmen wieder ein Beispiel, mitten aus dem Leben gegriffen. Olga verließ schweigend die Bar. Und wenn Sie jetzt diese Aussage negieren wollen, wenn Sie sagen, nein, das ist nicht der Fall, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, nicht Olga verließ schweigend die Bar. Ja, sondern es war der Peter, der normalerweise immer ein Riesengetöse macht, wenn er die Bar... Nein, nicht Olga verließ schweigend die Bar. Oder aber, Olga verließ die Bar nicht... Olga verließ nicht die Bar schweigend. Ja, hat jemand verwechselt das Kino mit der Bar. So was kommt vor. Ja, Olga verließ nicht die Bar schweigend. Oder aber, Olga verließ die Bar nicht schweigend. Je nachdem, wo das nicht steht, wird einfach was Unterschiedliches verneint. Das sind natürlich jedes Mal unterschiedliche Sätze. Die logische Negation, also das, wo wir hier reden, das, wo dieses Nicht-Zeichen drin ist, das ist gewissermaßen unbetont. Hier ist die Negation immer so, nicht Olga, nicht die Bar, nicht schweigend. Da wird das nicht sozusagen auf was gelenkt und das wird zurückgenommen im Gegensatz zur Aussage, zur ursprünglichen Aussage. Die logische Negation ist gewissermaßen unbetont. Die sagt einfach, das, was hier behauptet wird, ist es gerade nicht. Sondern es ist genau das Gegenteil. Deswegen eben dieses Wort genau dann. Und das würde man am ehesten dann eben so sagen, es ist nicht der Fall, dass Olga schweigend die Bar verließ. Und dann ist offen, was da dran sozusagen nicht der Fall ist. Also nur das so, wie es du sagst, Olga verließ schweigend die Bar, das ist es nicht, sondern es ist das Gegenteil. Und worin das dann genau besteht, ist offen. Also während Sie bei diesen Beispielen A bis C natürlich das Nicht auf einen bestimmten Teil des Satzes lenken, auf die Olga, auf die Bar oder auf das Schweigende. Man muss also vorsichtig sein, das ist wie bei dem Und einfach. Das Und ist nicht immer wahrheitsfunktional und auch das Deutsche Nicht ist nicht immer wahrheitsfunktional, sondern das gibt nur in bestimmten Kontexten dieses Wahrheitsfunktionale und genau die holt man aber raus. Weil genau man für diese Kontexte, wo es wahrheitsfunktional ist, eben dann eine Logik bauen kann, die einfachste Logik, die es gibt. So, das war schon die Negation. Auch da müssen Sie ein bisschen üben. Übungen 2.2 bis 2.5. Auch hier Probleme irgendwelcher Art? Verständnisfragen? Ja? Oh, das glaube ich nicht. Dann nehmen Sie mal, machen Sie doch mal die Negation, Olga verließ schweigen die Bar und machen Sie das. So, es soll aber funktionieren. Ich suche aber gerade das, also dann ist doch, das funktioniert jetzt keine nicht. Sie können mit dem Keine ganz wunderschöne andere Sachen machen. Aber das, was ich hier machen will, nämlich das genaue Gegenteil, so dass es wahrheitsfunktional ist, das können Sie mit dem Keine, wie Sie selbst sagen, nicht machen. Ich würde sagen, das Keine kann nur eine andere Frage geben. Ja, das mag auch sein, das interessiert mich aber nicht. Sie können das Keine auch von mir aus auf den Bürgersteig stellen. Das interessiert mich nicht, wenn es mir darum geht, eine wahrheitsfunktionale, nicht Verknüpfung, sondern hier einen wahrheitsfunktionalen Operator zu finden. Und das deutsche Wort Keine kann wunderschöne Sachen machen. Es kommt in der deutschen Lyrik immer wieder vor. Ja, irre ich mich? Darf ich die Deutschlehrerin fragen? Das Wort Keine ist doch ein unverzichtbarer Bestandteil deutschen Liedgutes. Aber hier kann ich es trotzdem nicht brauchen. Genauso wenig wie Herz oder Schmerz. Oder zwei andere gute Kandidaten für das deutsche Liedgut. Ich kann es nicht brauchen. Und das Keine kann es überhaupt nicht und das Nicht kann das, was wir hier wollen, relativ unvollkommen. Deswegen haben wir auch das Zeichen eingeführt, dann wissen wir genau, wovon die Rede ist. Das ist so, diese Abbildung zwischen Logik und Sprache ist nicht ganz unproblematisch. Das werden Sie dann beim nächsten Beispiel noch in aller Klarheit und Drastigkeit sehen. Also rein historisch ist es so, dass die Logik älter ist als die Grammatik. Also die Griechen haben zuerst die Logik entwickelt, die Grammatik ist später entwickelt worden. Ja, und die Terminologien sind zum Teil in der Grammatik auch von der Logik übernommen worden. Aber die Logik ist das Ältere, weil man sich früher offensichtlich für solche Geschichten eben wie Folgerichtigkeit interessiert hat, als man sich für diese linguistischen Dinge interessiert hat. Jedenfalls bei den Griechen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen ist. Gut. So. Und jetzt kommt es konditional. Das ist für den Logikunterricht immer so ein, also für viele jedenfalls, ein schwieriger Fall. Und es lohnt sich, wenn man jedenfalls mit einem kritisches Auge hat, die Logikbücher dann zu durchforsten, wie dieses konditional eingeführt wird. Weil das hat so gewisse Tücken. Und ich mache das sehr langsam, wie ich das konditional Ihnen jetzt vorstelle. Ich beginne wieder mit einem Beispiel. Wenn ich am Ende dieses Buches die Logik beherrsche, dann verschenke ich das Buch. Also das kann ich mir vorstellen. Sie sagen, also Sie haben jetzt das Buch natürlich alle gekauft. Hoffe ich jedenfalls und gleich mehrere Exemplare auch zum Weiterverschenken an Bekannte und Freunde, wenn Sie irgendwo zu eingeladen sind. Macht sich sehr gut so ein kleines Buch. Also und dann können Sie sagen, Ende des Semesters. Also wenn ich am Ende dieses Buches dann die Logik beherrsche, dann verschenke ich das Buch an mein eigenes Exemplar mit allen Eselsohren. So. Das ist also das Beispiel, von dem ich ausgehe. Und hier ist es klar, da ist wieder eine Aussagenverknüpfung drin, die jetzt mit zwei deutschen Wörtern funktioniert. Also wenn ich am Ende des Buches dann verschenke ich das Buch. Also ich beherrsche die Logik am Ende. Ich beherrsche die Logik am Ende des Buches und ich verschenke das Buch. Das sind zwei Teilaussagen, also mit dieser Großzügigkeit bezüglich Teilaussagen, bezüglich Aussagen. Und dann habe ich das Wenn-Dann als eine Aussagenverknüpfung. Und dieses Wenn-Dann wollen wir jetzt dann diskutieren. Sie sehen vielleicht schon, hier bewegen wir uns in Richtung dann Logik, weil das Wenn-Dann, das ist so mit Folgerungen, wenn das und das, dann jenes und so weiter. Da sind wir also irgendwo schon näher dran an dem, was logische Folgerungen ist, rein sprachlich zunächst. Und deswegen wollen wir uns dieses Wenn-Dann uns anschauen. Ich mache mal erst eine Abkürzung. Wieder, damit ich die langen Sätze nicht brauche. Wenn A1, dann A2. Also diese Großbuchstaben mit einem Index drin, A1 und A2 und so weiter, das sind hier in dieser Notation immer Abkürzungen. Nur, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben. Also deswegen ist der Inhalt von 2,5, wenn ich am Ende dieses Buches und so weiter, ist genau das gleiche wie wenn A1, dann A2, weil A1 eben das eine, ich verschenke am Ende dieses Buches die Logik. Ne, ich verschenke, ich beherrsche am Ende dieses Buches die Logik. Die Logik können Sie nicht verschenken. Also, das ist jetzt das und jetzt ist die Frage, ob das wahrheitsfunktional ist als erstes. Also wir haben wieder eine Verknüpfung und bei Aussagenverknüpfungen kann man dann natürlich fragen, kann ich die brauchen in der Logik, ist sie wahrheitsfunktional oder kann ich sie nicht brauchen und deswegen ist das wenn dann wahrheitsfunktional. Und jetzt schauen wir uns das mal an, muss man dann, ja, muss man ja vier Möglichkeiten immer durchgehen, das sehen Sie an der Wahrheitstafel, muss man schauen, ob das funktioniert. Und jetzt, wenn das A1 wahr ist, also wenn Sie am Ende dieses Buches die Logik tatsächlich beherrschen, also diese Vorlesung und Sie dann tatsächlich das Buch verschenken, würde man sagen, ja, dann ist die Gesamtaussage ja auch wahr. Sie haben ja das, was Sie da gesagt haben, wenn Sie sozusagen das Versprechen eingelöst. Ja, dann ist das wahr, das ist okay. Und wenn Sie am Ende des Buches die Logik beherrschen, aber sagen Pustekuchen, das Buch behalte ich, dann ist die Aussage natürlich falsch. Ja, das ist, glaube ich, auch klar. Das ist sozusagen ganz eindeutig, da gibt es gar nichts. Wie ist es aber, wenn Sie am Ende des Buches mit der Logik immer noch nichts anfangen können? Also wozu haben Sie sich dann verpflichtet mit der Aussage? So gar nichts, oder? Da können Sie machen, was Sie wollen, oder? Kann ich niemanden strikt draus drehen? Ich habe doch nur gesagt, wenn ich am Ende des Buches die Logik beherrschen. Da habe ich mir auf was festgelegt, aber da habe ich mir auf gar nichts festgelegt, da kann ich machen, was ich will. Und wenn man das jetzt festhält, dann sieht das so aus. Ja, im ersten Moment. Das ist, wie gesagt, nicht endgültig. Das ist jetzt so ein Zwischenschritt. Das ist der Stand der Diskussion. Also wenn beides wahr ist, dann sieht es so aus, als sei auch die Gesamtaussage wahr. Wenn Sie das hier machen, aber dann dieses dann nicht einlösen, dann ist das mit der Gesamtaussage nichts gewesen, dann war die falsch. Und wenn das hier vorne falsch ist, ist es irgendwie unbestimmt, kann man gar nichts sagen. Also so sieht es im Moment aus. Jetzt ist es aber nicht ganz richtig, wenn man genauer hinschaut. Denn die erste Zeile, dieses wenn, dann, also wenn und beides ist wahr, also wenn ich die Logik beherrsche, dann verschenke ich das Buch. Da ist natürlich, da klingt so ein Weil mit. Ja, wenn Sie die Aussage anschauen. Also jeder, der das hört, ist, ja klar, warum verschenkt er dann das Buch? Naja, jetzt kann er es, er braucht es nicht mehr. Das klingt hier mit drin. Und dieses Weil, das wissen wir schon, ist eine intentionale Verknüpfung. Die ist nicht extensional, weil dieses Weil eben darauf ankommt, dass das auch wirklich inhaltlich zusammenpasst. Ich zeige Ihnen das mal, das sieht man sehr gut an Beispielen, bei denen Vorder- und Hintersatz, also dieses A1 und das A2, voneinander unabhängig sind. Wenn man das verknüpft, dann merken Sie, dass die Wahrheit von mehr abhängt, wenn beide Teilaussagen wahr sind, als nur von dem, dass das eine wahr ist und das andere wahr ist. Schauen Sie dieses Beispiel an. Wenn Güterzüge langsamer fahren als Personenzüge, dann laufen Panther schneller als Dackel. Es ist der Fall, für alle, die mit Eisenbahn nicht so viel zu tun haben, ich kann Ihnen das versichern, typischerweise fahren Güterzüge langsamer als Personenzüge und für alle Katzenliebhaber ist sowieso klar, Panther laufen schneller als Dackel. Es ist hier tatsächlich so, der erste Teil, beim Wenn, das ist wahr und auch der zweite Teil, das ist auch wahr. Aber niemand würde, denke ich, sagen, ja, der Satz ist wahr. Wenn Güterzüge langsamer sind, dann laufen Panther schnell, da wird man doch sofort sagen, wenn jemand sagt, Moment mal, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Kann man überhaupt nicht sagen, das sei wahr. Nein, kann man nicht sagen. Denn dieses Wenn-Dann, das suggeriert eben irgendwie, dass das, was in dem Dann-Satz kommt, eben deswegen in Ordnung ist, weil das in dem Wenn-Satz steht. Dass es deswegen glaubwürdig ist. Da wird eben so ein inhaltlicher Zusammenhang mit diesem Wenn-Dann sprachlich ausgedrückt. Und jetzt sind wir in einer etwas anderen Situation als zunächst. Dass das jetzt drauf ankommt, das ist jetzt sozusagen der zweite Anlauf, dass man sagen kann, wenn dieses hier wahr ist und dieses hier wahr ist, dann ist das andere wahr oder falsch. Man ist nicht sozusagen hoffnungslos verloren, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Wie bei dem anderen Fall. Ich komme gleich nochmal zurück in der dritten und vierten Zeile. Sondern es hängt eben davon ab, ob es diesen inhaltlichen Zusammenhang gibt. Dann wird man sagen, jawohl, dann ist es wahr. Also wenn das Erste wahr ist, wenn der Wenn-Teil wahr ist und der Dann-Teil wahr ist. Wenn der inhaltliche Zusammenhang aber nicht gegeben ist, wird man sagen, nee, das ist falsch. Wie gesagt, diese unterschiedliche Geschwindigkeit von Zügen hat mit der unterschiedlichen Geschwindigkeit von Tieren einfach nichts zu tun. Und deswegen ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung einfach falsch. Man wird sagen, nein, das stimmt nicht, was du sagst. Wenn Güterzüge schneller, dann muss er, nein, das ist falsch. Also es ist wahr oder falsch. Und Sie sehen, das ist eine andere Situation als hier. Da ist es nicht wahr oder falsch. Hier ist es klar, da muss man sagen, das ist halt entweder wahr oder es ist falsch, je nachdem, ob es die Verbindung gibt. Bei dem, wenn Sie ein Versprechen machen, sagen, unter den Umständen mache ich das Folgende, da steht die Wahrheitsfrage sozusagen gar nicht an. Wenn Sie also am Ende des Kurses die Logik beherrschen, nicht beherrschen und sagen, du, ich habe immer noch keine Ahnung, dann werden Sie sozusagen gar nicht auf die Probe gestellt, Ihr Versprechen mit dem Wenn-Dann einzulösen. Es ist einfach offen, es ist unbestimmt. Es ist nicht unbestimmt im Sinne, mal ist es wahr, mal ist es falsch. Nein, es ist unbestimmt. Das heißt, wir haben hier eine relativ, wenn man will, komplexe Situation. Hier kann man sich nicht enthieren, hier gibt es wahr oder falsch, kommt darauf an, ob der Zusammenhang besteht oder nicht. Hier ist es eindeutig, da ist es falsch, wenn das Vorderglied falsch war ist und das Hinterglied falsch ist, ist vorbei und da ist es unbestimmt. Also man kann einfach nichts anfangen mit der Aussage, die ist sozusagen zu wenig greifbar, wenn es vorne falsch ist, also die Bedingung einfach nicht eingetreten ist. Das heißt, wir haben dieses Deutsche Wenn-Dann ist ein recht ekliges Gebilde, also jetzt sozusagen von der Logik her gesprochen, weil Sie mit dem überhaupt nichts rechts anfangen können. Also das Deutsche Wenn-Dann ist einfach natürlich keine wahrheitsfunktionale Verknüpfung, sondern ist so merkwürdig, dass es mal diese Alternative offen lässt, wahr oder falsch. Nur in der einen Zeile ist es gut und in der dritten und vierten Zeile ist es schlicht unbestimmt. Also man kann mit dem nicht viel anfangen. Man kann jetzt aber Folgendes machen und auch hier ist es für Sie absolut unmotiviert und ich betone, es ist extrem wichtig, dass Sie sehen, es gibt hier im Moment kein Argument, warum man das machen muss. Ich verspreche Ihnen aber, das Argument wird nachgeliefert, warum ich das mache, was ich jetzt mache. Sie verstehen jetzt nur, wie ich zu einer sehr künstlichen Aussagenverknüpfung hinkomme, die konditional heißt und das mache ich jetzt mit einem hier unmotivierbaren Schritt. Ich sage nämlich, es gibt eine isolierbare extensionale Bedeutungskomponente von Wenn-Dann und zwar in Zeile 2. Also eine Bedeutungskomponente, die man in Zeile 2 sieht, in Zeile 2. Also nochmal hier, Zeile 2 ist ja dieses hier. Da ist es extensional, also wahrheitsfunktional. Da genügt es, wenn jemand sagt, wenn A dann B und wenn das A wahr ist und das B falsch ist, dann weiß ich, ist das wenn dann falsch. Das kann ich festhalten. Da gibt es eine Situation, diese spezielle Situation mit dieser Kombination, dann ist es wahrheitsfunktional. Sonst ist es nicht wahrheitsfunktional. Und was man jetzt macht, ist, ich bastle mir eine extensionale Verknüpfung von Aussagen, die man dann genauer anschauen muss, werden wir machen. Und die isoliert gerade diesen extensionalen Teil aus dem Deutschen Wenn-Dann. Wie gesagt, wozu man das braucht, sehen Sie jetzt noch nicht, wir werden es brauchen, genau das werden wir später brauchen. Also, und das mache ich jetzt. So, wie macht man das? Also, ich sage, dieser Teil, der sagt eben, dass das folgende nicht der Fall sein darf, dass nämlich A1 wahr ist und zugleich A2 falsch. Das darf nicht passieren. Das ist das, was in Zeile 2 steht. Das ist der extensionale Anteil. Das soll nicht der Fall sein. Sie dementieren also, kann man sagen, dass A1 wahr und A2 falsch ist. Das darf nicht passieren. Das weisen Sie ab. Das ist die extensionale Bedeutungskomponente. Das steckt in dem Wenn-Dann immer drin, da steckt noch viel mehr drin, aber unter anderem steckt das drin. Wer, wenn A1 dann A2 sagt, der sagt, es darf nicht passieren, dass das A1 wahr ist und das A2 falsch ist. Das ist das Dementi dieser Möglichkeit. Und dieses Dementieren von A1 ist wahr und A2 ist falsch, das kann man jetzt mit extensionalen Verknüpfungen formulieren. Schauen Sie sich das mal an. Da kann man doch Folgendes sagen, dann muss A1 und nicht A2 falsch sein. Also, warum denn das? A1 ist wahr? A1, das muss aber doch wahr sein. Moment mal. Wie bitte? A1 ist wahr. Das Dementieren, Moment, das ist das Dementi. Das muss falsch sein. So, das ist schon richtig. Also, wenn ich sage, A1 und A darf nicht der Fall sein, das heißt, das A1 und nicht A2 muss falsch sein. Das muss falsch sein. Und das Falschsein, das kann ich jetzt umdrehen, indem ich sage, okay, wenn das hier falsch sein muss und ich mache die Negation davor, dann muss das hier wahr sein. Dieses hier muss wahr sein. Also, dasjenige, was ich ausschließen möchte, eben dass das A1 wahr ist und dabei das A2 falsch ist, das darf einfach nicht passieren, dann kann ich das Gegenteil sagen, das muss dann wahr sein. Das ist jetzt schon formal ein bisschen rumgespielt mit diesem Zeichen. Dieses hier muss wahr sein. Und jetzt kann ich sagen, dieses hier, das isoliert jetzt den extensionalen Anteil von Wenn-Dann. Warum? Weil ich ausschließlich die zweite Zeile der alten Wahrheitstafel benutzt habe. Ich habe nichts anderes benutzt und sage einfach, halten wir diesmal fest. Und wenn ich das, kann ich jetzt eben festhalten und dann bekomme ich so einen komischen Ausdruck hier. Dieses hier, nicht A1 und nicht A2 soll wahr sein. Und das kann ich jetzt folgendermaßen machen. Dieses hier, dieser Gesamtausdruck, der ist ja selber irgendwie eine extensionale Verknüpfung von A1 und A2. Ich werde es Ihnen gleich vorführen, warum das so ist. Wenn Sie also wissen, was A1 und A2 sind, also ob die wahr oder falsch sind, dann können Sie sich überlegen, was der gesamte Ausdruck ist. Das liegt einfach daran, wenn das A2 wahr ist, wird das nicht A2, wird falsch. Und wenn das A1 zum Beispiel wahr ist und dann gibt es hier das und und das ist was Falsches, dann gibt es auch was Falsches und davor steht nochmal das nicht und das macht es wieder wahr. Das machen diese Zeichen, mit denen können Sie ja so rumspielen. Ich zeige es Ihnen gleich im Detail. Also zunächst mal sage ich Ihnen, jetzt haben wir mit diesem merkwürdigen Schritt, haben wir hier was konstruiert, was extensional ist. Das hat isoliert vom Wenn-Dann denjenigen Anteil, den Sie in der zweiten Zeile des Wenn-Dann sehen und der extensional ist. Der hat das sozusagen jetzt generalisiert zu was Neuem für alle Möglichkeiten. Und jetzt machen wir so, jetzt führen wir mal ein neues Zeichen auch noch ein, diesen Pfeil für dieses hier. Warum? Weil ich es nachher brauchen werde. Also da müssen Sie jetzt gar nichts denken, da wird einfach nur ein Zeichen eingeführt. Vorläufig müssen Sie nur dieses hier verstehen. Und dann schauen wir uns mal an, also die hat, die kriegt dann auch einen Namen, diese Verknüpfung, das Konditional oder die materiale Implikation oder die Subjunktion. Vergessen Sie die Namen alle. Die Idee müssen Sie zunächst verstehen. Die Idee ist die, einen extensionalen Anteil, der im deutschen Wenn-Dann drin steckt, aber wo noch viel mehr drin steckt, diesen extensionalen Anteil zu isolieren, rauszuholen und daraus eine extensionale Verknüpfung zu machen. Die hat jetzt Namen, komplizierte Namen, sie hat ein Zeichen. Und jetzt müssen wir sie noch anschauen, was die denn tut. Und da gibt es nochmal Namen, Vorderglied oder Antecedens und Hinterglied oder Konsequenz bei diesen Zeichen. Und dann gibt es noch weitere Zeichen. Mein Gott, das ist alles didaktisch nicht ganz günstig. Ich soll ja mal zur Sache kommen und nicht zu einem Zeichen reden die ganze Zeit. Also, da gibt es das sogenannte Hufeisen. Das wird verwendet im Englischen, dass man dann so schreibt. Das verwende ich nicht, sondern ich verwende den Pfeil hauptsächlich. Und jetzt schauen wir uns die Wahrheitstafel an. So, und das sehen Sie jetzt nicht auf Anhieb, warum das so ist. Sie sehen, schauen Sie mal erst auf die zweite Zeile. Angeblich steht das hier richtig. Also, die Idee ist ja, dass man sagen soll, diese Gesamtaussage, isoliert, also von dem Wenn-Dann, die soll genau dann falsch sein, oder dann falsch sein, wenn das Vorderglied wahr ist und das Hinterglied falsch ist. Und zwar sehen Sie das, wenn Sie jetzt hier das mal einsetzen. Also, das A1 soll wahr sein, dann ist hier beim A1 steht was Wahres. Merken, hier steht wahr. Dann das A2 soll falsch sein, dann ist das falsch hier. Das Negationszeichen macht aus was Falschem was Wahres. Also ist dies hier wahr und Sie erinnern sich, das hier war auch wahr. So, jetzt müssen wir zusammensetzen mit dem und, was Wahres und was Wahres ist auch wahr. Und dann steht da vorne noch eine Negation und dann wird das Ganze falsch. Eigentlich ganz einfach, ganz elementar. Man muss ja nur denken dabei. So, also das ist so, wie es sein soll. So haben wir es ja konstruiert. Wir haben ja rausgenommen, Sie erinnern sich an die alte Wahrheitstafel. Ich glaube, zurückgehen, dass Sie das nochmal wissen. Wir haben eine, dieses hier haben wir gehabt, oder? Das kann man nicht brauchen, in der Logik jedenfalls, weil das ein fürchterliches Ding ist. Das ist das deutsche Wenn-Dann. Und wir haben ja gesagt, dieses hier gefällt uns, das ist wahrheitsfunktional. Und jetzt suchen wir einfach eine wahrheitsfunktionale Verknüpfung, die uns genau dies hier bringt. Und dann habe ich Ihnen die Überlegungen gezeigt, dass man dann einfach sagt, wie gesagt, das bedeutet, dies darf nicht der Fall sein, A1 und zugleich darf nicht der Fall sein. Das ist ein Dementieren davon. Und Sie können also sagen, dieses hier, A1 ist wahr und zugleich A2 falsch. Das darf nicht der Fall sein, also muss das falsch sein, dieses hier. Also muss das hier wahr sein. Und dann schreiben wir nach vielen weiteren Gerede die Wahrheitstafel hin von dem hier. Das war das, was ich vorhin genannt habe. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, dass die anderen Buchstaben hier rauskommen. Also schauen wir mal, wenn das A1 wahr ist, A1 ist wahr. Hier, dann steht hier was Wahres und das A2 auch, dann steht hier was Wahres. Dann gibt das mit dem Negation, gibt es was Falsches. Dann habe ich hier was Wahres und was Falsches ist falsch. Und dann steht da vorne aber nochmal eine Negation, dann wird es wieder wahr. Ja, geht zu schnell. Üben wir nochmal zweimal. Also jetzt nehmen wir dieses hier, A1 falsch und A2 wahr. Also, wenn das A1 falsch ist, ist A1 falsch. Wunderbar. Dann ist A2 ist wahr, da steht eine Negation, dann wird es falsch. Hier was Falsches und hier was Falsches miteinander falsch. Steht vorne aber die Negation, also wird es wieder wahr. Ja. Und schließlich den letzten Fall, jetzt zum Abgewöhnen und zum besondersten Höhepunkt der Freude erleben. Beide falsch. A1 ist falsch, gut. A2 falsch, schön. A2 falsch. Das Nichts macht daraus eine wahre Aussage. Falsch und wahr ist leider falsch, weil man gleichzeitig behauptet. Also dieses Ganze falsch. Haha, wir haben aber noch eine Negation und die macht es natürlich wieder wahr. Ja. Wir haben jetzt gebastelt aus Gründen, die Sie absolut nicht verstehen. Ich habe auch keine genannt. Ich sage auch, ich kann keine nennen. Wir haben jetzt einfach was gemacht, indem wir sozusagen den Dementi-Charakter, der in Wenn-Dann drin steckt. Sie dementieren, wenn das Vorderglied wahr ist, dass dann das Hinterglied falsch ist. Das sagen Sie, das soll sicher nicht passieren. Sie sagen noch ein Haufen andere Sachen beim Deutschen Wenn-Dann, aber das sagen Sie auch. Und jetzt nehmen wir den Dementi-Charakter und machen draus eine extensionale Verknüpfung. Das ist alles, was ich getan habe. Ich habe das Dementi ernst genommen, habe das Dementi nochmal hingeschrieben, mit extensionalen Verknüpfungen geschrieben und dann kommt eben diese Verknüpfung, das ist diese Verknüpfung. Die kann man sich anschauen, was kommt da raus und dann kriege ich eben dieses hier. Und nachdem ich ja das abkürzende Zeichen schon auf Vorrat eingeführt habe, bekomme ich jetzt die Wahrheitstafel für das Konditional. Also der Witz der Sache ist, wir brauchen diese Verknüpfung später. Das sehen Sie noch nicht, warum wir sie brauchen. Der Witz der Sache, was Sie hier vorgeführt bekommen, ist, dass Sie genau sehen, wie sich dieses Konditional, so heißt das Baby hier nämlich, eben unterscheidet von dem Wenn-Dann. Und da werden Sie in sehr vielen Logikbüchern betrogen. Das verstehen Sie nicht, wenn Sie das anschauen, warum das so ist. Das verstehen Sie erst, wenn Sie diese Schritte machen. Dazu müssen Sie zunächst sich überlegen, wie funktioniert im Deutschen das Wenn-Dann. Dann kriegt man einfach diese unangenehme Darstellung, wie in der vorvorletzten Wahrheitstafel, wo oben steht, war oder falsch, zweite Zeile falsch und die dritte, vierte Zeile, unbestimmt, womit man in der Logik gar nichts anfangen kann. Und erst, wenn man sich dann überlegt, wie man aus diesem Verhalten des Deutschen Wenn-Dann sich eine extensionale Verknüpfung sozusagen schnitzen kann, die wird konstruiert, ganz künstlich, ausgrund eines Motives, das Sie jetzt noch nicht verstehen, das kommt aber, weil wir genau dieses Dementieren nämlich brauchen werden. Haare genau dieses Dementieren. Und das können wir dann einfangen mit diesem Pfeilsymbol oder mit dem Konditionar. Das ist die Idee, die hier dahinter steht. Also, das ist relativ kompliziert. Wenn es mal da steht, ist das Ding dann genauso einfach zu handhaben, wie das Und und das Oder und das Nicht, wenn Sie sozusagen damit irgendwie rumspielen müssen, so wie wir es vorhin gemacht haben, um zu zeigen, wie dieses hier zustande kommt. Das kommt aber eben relativ komplex zustande, weil der Pfeil eben ein abkürzendes Zeichen ist für etwas, was selbst sozusagen nicht ganz harmlos ist, wo eben ein Und drin vorkommt, unten nicht und eine Klammer und alles Mögliche. So, das ist die Wahrheitstafel für das Konditional. Wie gesagt, die ist nicht dem Deutschen entnommen, anders als bei dem Und, sondern die ist konstruiert. Das ist eine im Deutschen nicht vorhandene Verknüpfung, das Konditional, die man hier konstruiert, die aber einsichtig ist. Also, wenn ich so ein Dementi aussprechen will, dann kann ich das mit so einer Verknüpfung formulieren. So, jetzt nochmal, um klarzumachen, das Konditional ist nicht identisch mit dem Deutschen Wenn-Dann. Es ist einfach was anderes. Und das ist klar durch die Wahrheitstafeln. In der ersten Zeile, das Konditional ist wahr, das Wenn-Dann ist wahr oder falsch. Ich vergleiche jetzt nur nochmal im Kopf die beiden Wahrheitstafeln. Also, Sie erinnern sich, die Wahrheitstafel vom Wenn-Dann ist so, dass in der ersten Zeile stand, wahr oder falsch. Wissen wir nicht, kommt drauf an, je nach Fall. Während in der ersten Zeile beim Konditional, wenn ich es Ihnen nochmal zeigen darf. Das ist ganz einfach zu merken, da ist nur die zweite Zeile falsch, alles andere ist wahr. Hier, das Konditional, das ist nur wahr, wenn beides wahr ist. Also, es ist wahr, wenn beides wahr ist. Es ist nur falsch, wenn dieses hier gilt, eben dieses Dementi. Ansonsten ist es immer wahr. Das ist sozusagen harmlos. Es ist immer wahr, naja, nur der Fall darf halt nicht auftreten. Das ist das Dementi. Und deswegen sehen Sie in der ersten Zeile, das Konditional ist wahr und das Wenn, das deutsche Wenn-Dann ist wahr oder falsch. Und das sehen Sie eben sehr schön an diesem Beispiel. Dieses Beispiel jetzt nicht mehr mit Wenn-Dann geschrieben, sondern mit dem Konditional geschrieben. Das ist natürlich wahr. So ist das Konditional definiert. Das ist eine Definition, die ich eingeführt habe. Denn Güterzüge fahren tatsächlich langsamer als Personenzüge. Panther laufen tatsächlich schneller als Dackel. Beides ist wahr. Ein inhaltlicher Zusammenhang ist beim Konditional nicht dabei. Beim Wenn-Dann ist er dabei. Beim Wenn-Dann muss man sagen, ja, nee, das ist falsch, das ist Unsinn, es gibt keinen Zusammenhang. Das ist aber wahr. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist ja, puh, was sollen wir denn damit anfangen? Naja, das ist eine künstlich eingeführte Verknüpfung, die diese Eigenschaft hat. Was man dann fragen kann, ist, wozu brauche ich so einen Quatsch? Und das sehen Sie einfach jetzt hier noch nicht. Nochmal, Sie sehen es einfach noch nicht. Später werden Sie mir dankbar sein, dass ich Ihnen das Konditional geschenkt habe. Hier ist das doch nicht sichtbar. Was macht denn der mit unserem wunderbaren Wenn-Dann? Was soll denn das eigentlich sein? Sie werden mir dankbar sein. Okay, bei der zweiten Zeile, das Konditional ist wie das Wenn-Dann, da sind Sie identisch. Also das darf beim deutschen Wenn-Dann auch nicht passieren, dass das Vorderglied wahr ist und das Hinterglied falsch ist. Und das macht Konditional ja genau nach. Genau so habe ich es ja konstruiert. Das Konditional ergänzt nur sozusagen den nicht-wahrheitsfunktionalen Anteil des Wenn-Dann in der ersten, dritten und vierten Zeile ergänzt es zu was oder verändert, nicht ergänzt, verändert es in was Wahrheitsfunktionales. Die dritte Zeile des Konditionales ist wahr, wo man bei dem Wenn-Dann einfach sagen muss, keine Ahnung, der Satz sagt einfach nichts über den Fall. Also, wenn ich die Logik kann, schenke ich Ihnen mein Logikbuch und ich kann die Logik nie, das wird sozusagen nicht operativ. Das bleibt leer oder Fall ist nicht eingetreten, so wie wenn ich nichts gesagt hätte. Die Aussage wird erst spannend, wenn Sie dann die Logik beherrschen. Dann werden wir mal gucken, ob Sie das Logikbuch wirklich verschenken. Die meisten übrigens nicht rein empirisch, aber das ist eine andere Frage. Gut. So. Jetzt noch ein weiteres Beispiel, damit man dieses anschaut. Also, ich nehme, ich bin einmal reich, ich schenke jedem Leserin dieses Buches einen Sonnenkollektor. Also, ich habe das jetzt wirklich mit Leser und Buch, ich habe das früher immer dann mit Hörer der Vorlesung. Also, Sie sind gemeint, aber damit die Beispiele sich decken mit dem im Logikbuch, habe ich es jetzt so gelassen. Also, lesen Sie es mit Hörer und Hörerin der Vorlesung. Also, ich bin einmal reich und dann Pfeil. Ich schenke jedem Leser, jeder Leserin dieses Buches einen Sonnenkollektor. Ein durchaus, gerade beim heutigen Stand der Sonnenenergie in Deutschland, ein durchaus aktuelles Beispiel. Und wenn ich aber niemals reich bin, dann ist diese Aussage wahr. So ist das konditional konstruiert, diese Aussagenverknüpfung. Die ist so. Wenn Sie es deutsch sagen, wenn ich mal reich bin, dann schenke ich jedem Leser dieses Buches, also jedem Hörer der Vorlesung, jeder Hörerin einen Sonnenkollektor mit wenn, dann. Und wenn ich nie reich werde, ist die Aussage völlig uninteressant für Sie. Dann nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn der Fall nicht eintritt. Weil die Aussage sozusagen erst Griff bekommt. In dem Moment, wo das Vorderglied wahr geworden ist, das ist eben beim konditional anders. Das ist dann wahr. Das ist wunderbar, kann mir niemand was sagen, das ist eine wahre Aussage. Ist natürlich vollkommen sozusagen mit wenn, dann völlig hirnrissig. Das wenn, dann ist eben was anderes. Ganz einfach. Das konditional funktioniert, es ist so konstruiert. Ob man diese komische Konstruktion brauchen kann oder nicht, wird man später sehen. Es funktioniert halt anders als das Deutsche. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Dagegen, wenn ich einmal reich bin, schenke ich jedem von Ihnen einen Sonnenkollektor, ist bei fortdauernder Armut meinerseits unbestimmt. Es kommt nicht zum Test des Versprechens. So ist das im Deutschen. Ganz klar. Und das konditional ist halt anders. Das konditional deckt sich also nicht mit dem wenn, dann. Ich habe es jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Sondern isoliert seine extensionale Komponente. Und so muss man es verstehen. Und wenn man es anders versteht, macht man einen schweren Fehler. Wie mir scheint. Und da machen Sie Übung 2.6 dazu. Und dann haben wir immer noch Zeit für weitere spannende Dinge. Das ist jetzt sozusagen das wichtigste, der schwierigste Teil hier. Sie sehen also, dass man, um zu diesen wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen zu kommen, also die, die man dann später brauchen wird, man sich mehr oder weniger vom Deutschen entfernen muss. Bei dem und darf man nicht jeden Gebrauch des deutschen Wortes und verwenden. Denn es gibt auch welche, die so ein und weil und deshalb drin haben. Bei dem oder ist es so, dass das deutsche Wort oder zu zwei verschiedenen wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen korrespondiert. Und Sie wissen zunächst nur vom Sinn her dann, welches oder gemeint ist. Eventuell. Auch nicht immer. Also wenn Sie ins Restaurant gehen und Sie haben die Tageskarte nicht und Sie fragen nach den heutigen Tagesspezialitäten und der Kellner sagt, ja heute gibt es beim Fisch, gibt es dann entweder, äh gibt es Forelle oder Scholle. Und dann ist natürlich völlig in Ordnung, wenn dann einer Forelle und eine andere Scholle bestellt. Da heißt es oder natürlich, es gibt beides, ja. Er sagt natürlich nicht, wenn Sie dann sagen, wenn dann Sie sagen, gut ich nehme Scholle und dann sagt Ihr Partner, ich nehme Forelle. Dann sagt der Ober nicht, ich habe gesagt oder Forelle. Ja. Das ist natürlich nicht gemeint. Er sagt, ist klar, das ist das einschließende oder, nicht das ausschließende oder. Ja. Das ist völlig klar. Es gibt auch noch ganz andere Verwendungen. Also wenn du das jetzt dann nicht, ne, also es gibt noch andere Verwendung von oder. Also beim oder ist es jedenfalls klar, es gibt so ein einschließendes und ein ausschließendes. Wir werden, wir sehen es noch viel stärker. Also bei dem und ist es schon so, das ist komisch. Beim oder müssen wir vorsichtig sein, ob es das eine oder das andere ist. Bei der Negation müssen wir fürchterlich vorsichtig sein, wie wir sie ausdrücken. Also wie wir mit dem nicht operieren. Da gibt es eine typischerweise funktionierende ist, dass man vor dem Satz sagt, es ist nicht der Fall, dass. Das ist relativ eindeutig, wie das, das ist dann relativ eindeutig, wahrheitsfunktional. Und das Deutsche, wenn dann, können wir überhaupt nicht brauchen, sondern da müssen wir also fürchterlich daran rumbasteln und rumfeilen oder und da was raus, raus mit einer Pfeile da rausholen oder ganz künstlich. Und dann kriegt man da so dieses Pfeildings da, dieses Konditional, was eben ganz merkwürdig ist, was man im Deutschen gar nicht ausdrücken kann. Sie sehen also, diese, diese wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen, die man sich da macht, die sind also im Deutschen, die liegen sozusagen nicht einfach im Deutschen da zur Verfügung, sondern da muss man relativ viel basteln, bis man die bekommt. Und deswegen ist auch diese Logik sozusagen nicht ganz nah am Deutschen. Das ist schon so ein Stück weit weg. Wie gesagt, es macht Sinn, wir werden dann Fälle untersuchen können, wo wir das brauchen können, aber man muss sich auch im Klaren sein, dass es hier eine gewisse Art der Idealisierung kann man gar nicht sagen, weil es wirklich eine Veränderung ist. Es ist eine Veränderung und Zuspitzung in einer bestimmten Richtung und das bekommt natürlich seine Begründung nur, wenn man sieht, dass man mit dem dann tatsächlich was anfangen kann, was man also wirklich brauchen kann in irgendwelchen Zwecken. Und wenn Sie sich mit den Zwecken dann identifizieren können, sagen Sie, es ist sinnvoll, das zu tun. Jetzt brauchen wir noch eine Verknüpfung, die ist auch, die ist jetzt wieder ein bisschen näher am Deutschen, das sogenannte Bikonditional. Und ich beginne wieder mit dem Beispiel, das ist jetzt wieder an die Leser gerichtet und ich kann es gerne für die Hörer dann sagen, ich bin dann und nur dann zufrieden, wenn Sie dieser Vorlesung mit Hingabe folgen. Ich verlange halt was von Ihnen, so ist das nun mal. Sie kriegen vielleicht was, aber ich verlange auch was. Also ich bin dann und nur dann zufrieden, wenn Sie dieses Buch mit Hingabe lesen. Das ist im Deutschen dann und nur dann, das ist im deutschen Äquivalent mit, ich bin genau dann zufrieden. So ungefähr jedenfalls. In der Mathematik ist das natürlich ein eingeführter Sprachgebrauch, dieses dann und nur dann oder genau dann. Das ist offensichtlich eine Verstärkung von wenn, dann. Da will man irgendwie noch mehr. Also das eine wenn, dann, dann, aber ich bin genau dann, dann und nur dann. Also das geht irgendwie in beide Richtungen. Das koppelt meine Zufriedenheit dann eindeutig an Ihre Lektüreweise. Ich bin dann und nur dann zufrieden, wenn Sie, also das heißt einfach, die einzige Möglichkeit, mich zufrieden zu machen, ist die, wenn Sie also mit Hingabe dieses Buch lesen. Es wäre natürlich traurig, wenn es so wäre, aber es ist ja auch nur ein Logikbeispiel. Die darf man inhaltlich nicht immer ganz ernst nehmen. Also die wollen ja was anderes demonstrieren. Ich bin dann und nur dann zufrieden. Das koppelt die Zufriedenheit eindeutig an die Leseweise, an Ihre Lektüreweise und das kann man zumindest mal näherungsweise dann so sagen, die, wenn beide Aussagen wahr oder falsch sind, dann ist die Gesamtaussage wahr. Also wenn ich das behaupte, dann ist natürlich so, ich bin nur dann und nur dann zufrieden, wenn Sie das Buch mit Hingabe lesen. Wenn beides wahr ist, ne, was sage ich, beide Aussagen wahr, dann sollte das wahr sein. Und wenn beide Aussagen falsch sind, dann sollte das auch wahr sein, denn ich sage ja, ich bin nur zufrieden. Also wenn Sie jetzt das Buch nicht lesen mit Hingabe, bin ich natürlich auch unzufrieden. Dann stimmt das natürlich auch. Dann ist diese Koppelung erfüllt. Ich bin unzufrieden, Sie haben das Buch nicht gelesen, Sie lesen das Buch nicht mit Hingabe, unzufrieden, wenn es beides klappt, dann ist die Gesamtaussage wahr. Und wenn nur eine Teilaussage wahr ist, die Gesamtaussage natürlich falsch, wenn die Koppelung nicht besteht. Also Sie lesen mit Hingabe, ich bin unzufrieden. Ja, da wird was anderes gesagt und umgekehrt. Dann ist die Gesamtaussage falsch. Also das gilt nur, wenn man von der im Beispiel mitschwingenden, intentionalen Komponente abstrahiert. Da ist natürlich auch so eine Weilsache drin mitgedacht. Ja, wenn man das sagt, ich bin genau dann zufrieden, dann meinen wir, der tickt so. Die einzige Möglichkeit, den Typen zufriedenzustellen, ist also einer Vorlesung mit Hingabe zu folgen. Merkwürdiger Mensch, aber wenn er so ist, dann ist es halt so. Ja, das ist so da aneinander gekoppelt. Da klingt also ein Weil mit und das Weil ist immer intentional. Davon abstrahiert man, ich gehe gar nicht fürchterlich weiter darauf ein, im Großen, um Ihnen das zu zeigen. Machen Sie die Übungen 2.7 und 2.8 dazu und ich zeige Ihnen, denke ich doch wohl, auch noch die Wahrheitstafel dazu. Also wenn ich das jetzt in eine Wahrheitstafel bringe, also wenn ich von den intentionalen Bedeutungskomponenten abstrahiere, kriege ich wieder eine extensionale Verknüpfung, die heißt dann bikonditional oder materiale Äquivalenz. Vorsicht mit dem letzten Ausdruck mit materiale Äquivalenz, sagen Sie bikonditional, weil wir später noch was hören werden von Äquivalenz und es ist dann was anderes. Also sagen Sie konditional und bikonditional, dann sind Sie auf sicherem Boden. Es gibt auch wieder hier ein Verknüpfungszeichen, das ist dann der Doppelpfeil, das ist eben das konditional sozusagen in beiden Richtungen. Das kann man sich überlegen, kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Es gibt auch noch dieses Zeichen, dann das Identitätszeichen, das wird aber auch wieder anders verwendet. Also der Vorteil der Notation, die ich Ihnen hier vorführe, ist die, dass sie wirklich eindeutig ist und ohne Verwechslungsgefahren. Während andere Notationen auch Verwechslungsgefahren haben. Die Wahrheitstafel ist dann natürlich klar, das ist so dieses gegenseitige Bedingungsverhältnis, das ist eben so, wenn beides wahr ist, dann ist natürlich die Gesamtaussage wahr. Wenn beides falsch ist, ist ebenfalls die Gesamtaussage wahr. Und wenn die Wahrheitswerte sozusagen nicht aneinander gekoppelt sind, positiv sozusagen, dann ist die Gesamtaussage falsch. Also weil man die beiden Dinge eben mit diesem genau dann oder genau dann wenn eben in diese unmittelbare Kopplung zusammenbringt. Und das ist es dann für die Nachbemerkungen. Das ist erst fünf vor vier die Nachbemerkung zu den Junktoren. Das sind mehrere, da komme ich dann beim nächsten Mal darauf zu sprechen. Wir sind jetzt durch, durch die Diskussion der Junktoren, die uns interessieren. Es kommen dann noch Nachbemerkungen zu den Junktoren und dann geht es beim nächsten Mal wirklich dann richtig los mit der aussagenlogischen Form. Es wird ein bisschen komplexer, wie Sie schon gesehen haben bei der Einführung des Konditionals. Man muss dann schon ein bisschen denken. Das ist nicht so ganz trivial, wie das aussieht, dass man da so ein bisschen mit diesen Tafelchen da rumspielt. Jedenfalls, wenn man es verstehen will. Also wenn Sie nur einfach rumspielen wollen, ist es einfach. Aber wenn Sie verstehen wollen, was hier abgeht, dann muss man ein bisschen denken und das wird beim Folgenden jetzt dann intensiver werden. Dafür ist es dann auch nicht so langweilig, wie nur diese blöden Wahrheitstafeln sich da anzuschauen. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche und beim nächsten Mal geht es weiter.